Musik Ja, warum sollte man mit Taman Heppner bauen? Ich kann nur sagen, wir sind ein Bauunternehmen, was hier vor Ort ist. Wir sind permanent für den Bauherrn da. Auch wenn die Baustelle abgeschlossen ist. Wir begleiten den Bauherrn vom Angebot über die Bauausführung bis hin zur Abrechnung und auch in der Gewährleistungsphase immer aus einer Hand, immer von den Geschäftsführern selber. Wir haben wirklich ausgebildete, gute Fachkräfte und arbeiten auch mit sehr vielen anderen Firmen aus der Region fest zusammen, sodass man auch alles aus einer Hand von uns bekommt, wenn man das wünscht. Musik Wir befinden uns hier auf einer relativ kleinen Baustelle, aber sehr organisatorisch kompakten Maßnahme. In diesem Mehrfamilienhaus werden vier Bäder im Bestand eingebaut. Die Familien bleiben in diesen Wohnungen wohnen. Und es ist für uns die Herausforderung, natürlich einerseits die Bauarbeiten auszuführen, andererseits auch den Leuten, die hier weiterhin ihren Bedürfnissen nachgehen müssen, auch dies zu ermöglichen. Zu Beginn der Arbeiten sind natürlich umfangreiche Abrissarbeiten erforderlich, zu denen natürlich auch schon die Sanitärinstallateure und Elektriker mit anwesend sein müssen, um die Medien freizuschalten. Auf dieser Baustelle sind einfach alle Gewerke tätig, die auf einer Baumaßnahme überhaupt denkbar sind. Maler, Fliesenleger, Zimmerleute, Tischler, wie schon erwähnt, die Trockenbauer. Und das kann hier auf dieser Baustelle speziell nicht nur täglich und wöchentlich organisiert werden, sondern muss nahezu stündlich organisiert werden. Und ich selbst bin also mindestens zweimal pro Tag hier anwesend, um das Arbeiten abzustellen. Konrad, pass auf, gestern war der Statiker da und hat gesagt, dass wir hier noch Winkel anschließen sollen, nachträglich, weil hier der Balkon angeschlossen wird, damit hier eine Zugverbindung entsteht. Macht doch auf beide Seiten noch einen Balkenwinkel mit Kammnägeln und dann passt das. Ja, so hier fahren wir jetzt gerade an Häusern vorbei, die wir komplett saniert haben. Die ganzen Wohnungen, die Trockenlegungen. Wir haben ja bis Mitte der 90er Jahre sehr viele Einfamilienhäuser gebaut und machen jetzt aber eigentlich vornehmlich Sanierung und Tiefbauarbeit, wie zum Beispiel diese Häuser hier. Und dann haben wir Lönsstraße Eichendorfweg. Musik Ja, Referenzen. Ja, also die bekanntesten Referenzen sind die historischen Fassaden der Frommannschen Häuser, Theaterhaus, Alte Universität in der Kollegchengasse. Wir haben auch drei Fassadenpreise gewonnen, einen ersten Preis und zwei Wirtigungen. Und was noch bekannt ist, sind die umfangreichen Umbauarbeiten in der Goethe-Galerie und auch für die Gaststätte im Planetarium. Das sind so die bekanntesten. So, nur anderthalb Wochen später. Die Rohbauten in den Bädern sind schon fertig. Die Installationen sind auch eingebaut, sanitär und elektro. Hier oben kommen noch die Wechsel für die Hängeschränke, für die Küchenreihen. Es sieht alles sehr rustikal aus, aber das ist jetzt hier die Bauphase, wo es wirklich darauf ankommt. So genau wie hier gearbeitet wird, so wird später das Bad sein. Die Wände müssen absolut lenkrecht geputzt werden, damit das Fliesenbild stimmt und auch die Wände müssen absolut rechtwinklig hergestellt werden, damit die Badewanne schön passt. Alles, was jetzt hier gemacht wird, wird sich am Ende in der Qualität des Bades niederschlagen. Musik Ja, dass wir auf dem Markt nicht so tätig sein können, wie der Markt das von uns eigentlich wünscht und erfordert. Wir sind bereit, auf den Markt zu reagieren. Wir sind in der Lage, auf den Markt zu reagieren. Unsere Mitarbeiter sind vor allen Dingen in der Lage, flexibel auf den Markt zu reagieren. Aber es ist aufgrund der gesetzlichen Vorschriften nicht möglich, oft die Wünsche der Bauherren zu erfüllen und auch zeitgemäß zu erfüllen. 90 Prozent meiner Kosten sind vorgeschrieben. Sicherlich muss es soziale Absicherungen geben. Aber wenn mir 90 Prozent der Kosten gesetzlich vorgeschrieben sind, dann kann man auch die Preise wieder vorschreiben. Und das Zweite, das Zweite ist eigentlich, dass wir Nachschub sorgen haben. Musik So, Putzen draußen läuft, aber die müssten morgen ein paar Fallgaben machen. Also das ging mit dem Herrn Heppner verhältnismäßig schnell im ersten Jahr. Und seitdem arbeiten wir zusammen und der Stress wurde dann geteilt. Der Stress wurde aber auch mehr, sodass man letztendlich nach zwei Jahren bei dem Boom letztendlich fast dasselbe Level an Stress wieder hatte, obwohl man sich den Stress zu Anfang mal geteilt hatte. Aber ich habe es ja gesagt, wir haben mit vier Leuten angefangen, alleine. Und wenn wir dann irgendwo mal 30 Leute waren, dann war es klar, dass jeder, dass wir zwar zusammen waren, aber irgendwo dann doch unser Tun hatten. Musik Ja, worauf sind wir stolz? Das ist natürlich, dass wir 16 Jahre permanent und kontinuierlich am Markt sind. Dass wir überwiegend zufriedene Bauherren haben, schöne Häuser gebaut haben und kaum Reklamationen haben. Was natürlich auch ein Indiz dafür ist, dass wir eine gute Qualitätsarbeit abliefern. Stolz sind wir auf unsere Mitarbeiter, die eigentlich seit Anfang an dabei sind. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass das Betriebsklima sehr gut ist. Das ist ja auch für den Bauherren sehr wichtig, wenn motivierte, nette und ausgeglichene Kollegen auf die Baustelle kommen. Denn das sind ja die Leute, die letztendlich permanent vor Ort tätig sind beim Bauherren. Musik 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 Ja, 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 ja.